ein zufriedener Mensch. Eine Sache interessiert mich aber schon die ganze Zeit. Warum lässt sich jemand einen solchen Bart wachsen? Ich habe mich noch nie rasiert im Leben. Noch nie. Wirklich? Nein, noch nie. Es ist einfach ein Angstbart, weil mein Vater hat sich natürlich noch mit dem Rasiermesser rasiert und ist sich ständig geschnitten. Und dann habe ich mit sieben Jahren ein Gelübde abgelegt, dass ich mich nie im Leben rasieren werde. Und das habe ich bis heute durchgehalten. Anfassen darf ich nicht. Das wurde er wohl schon zu oft gefragt.